Ich bin's Rockstar und ich mach jetzt mal bei Jagaludes A bis Z und guck mal ob ich zu einem was finde. A, A wie A zum J, ein sehr guter Freund von mir und ein sehr guter Produzent und ein schöner Mensch, der ein schönes Album gemacht hat. B, Bechtarsgaden war ich noch nie, weiß noch gar nicht wo das ist. C, Channing Tatum, krasser Typ, hätte ich gerne an ner Kette für mich. D wie Dosenwerfen, ich hab mal wieder richtig Bock auf Dosenwerfen, aber für uns ist der Rummel, hat kein Dosenwerfen mehr, nur noch Pfeile. E wie Eminem, früher sah ich aus wie Eminem, nur ein Dick. Das war schön. F, Friedrichshain, würde ich nie hinziehen. Sorry, Danny. G, boah. Es gibt ja, wir kommen auch immer so, das erste was mir in den Kopf gekommen ist, war so Gestapo und da frage ich mich selber so, warum eigentlich? so, ja gut, Gestapo. Ja. Ne? H, Hasselhoff. Der Hoff. Muss man ja auch nichts eigentlich zu sagen, weil, ist der Hoff. I. Oh, wieder so blöde Sachen. Ingolstadt. Inge, Inge war meine Oma. Die ist, äh, aber letztes Jahr die gute Frau. Widmen wir ihr das I. Der Inge. J. J. Jagalu. Ich weiß. Steht's echt an ner Klingel falsch? Ja, dann ist es eurem Klingelstück gewidmet. Aus Verwaltung. J. Jagalu. Was kommt denn dann? K. Äh, äh, ähm, Kult Savasch. Einer der Gründe, warum ich angefangen hab zu rappen. Der gute alte Kult Savasch. Für den ist das K. Äh, L. Lamborghini. Warum auch immer. Ich hab nen Golf. Äh, M. Max. Weil, ja, so heiße ich halt. Und N. Und N. Für Nachtsalben. Weil, so heiße ich auch. Äh, O. Opo Deldog. Das kennt, glaub ich, kein Mensch mehr. Das war, äh, ne ganz verrückte, äh, Augsburger Puppenkistensendung. Mit den Opo Deldogs. Das war so ne, ähm, ich weiß gar nicht, was. Die waren so, die haben so mit so Hühnern auf so einer Wiese gelebt. Die waren sehr, sehr schön. Ihnen ist das O gewidmet, weil sie wahrscheinlich vergessen wurden. Äh, P. Für Piratenpartei. Weil, ähm, die gut im Recherchieren sind. Äh, Q. Für Quantenphysik. Weil es total geil ist. Und R. Für, ähm, Rottgau. Weil, äh, groß geworden. Heimat und so. Schönste, schönste, klein, triste, von der Wirtschaft ruinierte Kleinstadt der Welt. Äh, S. Satan. Äh, ist total doof. T. Tortenboden. Wenn man was drauf macht, ist es korrekt. Ähm, U. Boah, U, Alter. Unter uns. Gibt's das eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. Aber ist richtig gut. Bestimmt. Äh, äh, V. V. Ähm. Boah, was gibt's denn für Wörter mit V? V wie Vendetta. Recht einfach. Aber es ist ein sehr guter Film. Für mich ein paar Mal, ein, zwei Mal, finde ich, glaube ich, den, da habe ich dir sehr amüsiert. U, V, W, ne? Kommt dann. Ja. Ähm. Wasserspecht. Kennt ihr den Wasserspecht aus Simpsons? Wenn, wenn, Huma. Für mich ist das die genialste Empfehlung aller Zeiten. Der Lümmel trinkt, der Wasserspecht. Ihm ist das W gewidmet. Äh, W, X. Xam. Einfach Max rückwärts. Aus dem, mit X gibt's ja eh nix. X-Faktor höchstens noch. Ist ja auch blöd. Und Y. Hm? Xavier Naidoo. Ja, das ist noch blöder. Als X-Faktor. Äh, Y. White Hitty ist, glaube ich, das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Deswegen ist das für euch White Hitty. Ihr Spastis. Äh. Und Z. Ähm. Zapp Brannigan. Aus Futurama. War Zapp Brannigan aus Futurama? Ich glaube. Wisst ihr, ne? Ja, war so. Der Typ, der immer angibt mit Kiff. Dem kleinen. Ja. Das waren meine A bis Z. Wahnsinnig witzig. Äh. 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 Musik